Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Dead Island 2. Ja, ich bin immer noch allein unterwegs, ist erst die zweite Folge. Und man muss ungefähr eine Stunde alleine umherirren, bis ich dann mit dem Kumpel zusammenspielen kann. Dann mal schauen, was das Spiel noch so... Oh, oh. Das war jetzt keine gute Idee. Äh, wo ist das Schwert da? Oh, da ist ja schon einer. Oh, da war der Kopf aber jetzt ab, da. Immer mal ein wenig durchforsten die alles. Es gibt ja immer einiges zu looten. Da ist noch zu. Oh, das sieht aber noch ganz schön aus hier. Okay, ein Golfschläger. 44 Schaden. Okay, 20 Schaden. Ui. Nicht so schrecklich hier. Äh, wo ist mein Schwert? Da. Da ist schon ziemlich kaputt, das Ding. Ja, hat die Bar schon geöffnet. Hm, gibt aber nichts. Äh, die schönen Bungalos hier. In Billen. Wenn mir folgen bei der Mission. Gibt bestimmt... Äh, sehen wir sowieso öfters. Gut, müssen wir da auch ins Haus. Ah ja, der Laptop hat vorher noch Strom gehabt. Detektiv Carla, on the case. Where is this code? Nope. Nö. Mmh, lecker. Stupido. Bleh. Hier sollte doch noch was markiert sein. Öh. Was soll ich hier jetzt da kommen? Finde den Code für die Hintertür. Ah ja, da waren wir schon. Das war's. Was soll ich hier? Das war's. Irgendwelche Hinweise noch, aber hier gibt es uns halt noch nichts. Doch, nur in der Küche hier. Aha, da ist er gut. Na, schön am Naschen hier. Das hört jetzt auf. Genug genascht. Herausforderung mit Null. Hm. Wow. Eine Riesenvilla, du. Oh, super. Oh, super. Andrea, was du da? Gib mir die Räume. Nein! Du hast gebeten. Du gehst. Wie ich weiß. Ich habe es gesehen. Geh weg! Andrea? Sie waren in der Krashen. Ich habe sie gebeten. Gib mir die... Nein! Ich werde nicht das da in meinem Haus. Ah, dein Haus. Du hast du ganze Familie in der Zeit, als ich weg bin. Aber es ist noch mein Haus. Du hast mich abandert. Du hast mich abandert. Ja, ich bin zurück. Und du bist noch mein Hausgeber. Also, gib mir die... Blödie... Ah! Gun! Take it, lady. Ich werde jetzt schlafen. Emma? Wir haben ein Problem. Unsere Freund hier hat sich gebeten. So? Was das bedeutet? Das bedeutet, dass sie ein Geist werden. Wir müssen sie töten. Das ist nicht ein Film. Ich werde sie nicht töten. Das ist definitiv nicht mein Jobdescription. Oh, Gott. Oh Gott! Oh, oder? Oh, oh, oh. Oh, oh... Wir werden sie schlafen. Schau sie! Hm. Erschossen putze schon mal nett. Sag was. Hm... Keine Blätter. in me and Michael fainted and the gun went off fucking idiot almost hit me yo help me out here I feel great regular old Carla you do seem better and the bites healing too but you're staying locked up fever's gone that proves nothing okay me people are eating each other out there and no one knows anything about what's going on and I can't get hold of my agent or my manager hey I'm vegetarian I'm not eating nobody like just looking at a pork chop makes me gag nice try but trusting people never worked out too well for me can I ever get two minutes away seriously let me out I can okay that that toy cubs just press the button haha get it girl super handschill new e-karte okay new e-karte new e-karte new e-karte new Ein riesen Haus. Ah ja, ohne Spiegelung. Verteidige das Haus. Ah ja, nicht mein Haus, aber ich sollte es verteidigen. Okay, während du dich in der Luft befindest, okay. Probieren wir doch mal aus hier. Das ist stärker das Ding. Das schmeißen wir weg. Ah ja, da muss ich jetzt noch nicht hin. Das steht mal hier oben. Okay, ich sehe das Problem. Wir müssen die Garten öffnen. Ich schließe das Tor. Hä? Ja klar, die Sicherung fehlt wieder. Das Tor ist doch zu. Ja. 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 Okay. Ich möchte mal Wasser holen, damit wir den... So, da ist schon Wasser drin. Oh. Damit wir das Feuer erlösen können. Damit wir das Feuer erlösen können. Ja. 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 Wer kriegst du jetzt Sicherung? Kannst du schon mal halten. Haufe kaputt. Wer hat den da hier? Ach das Tor ist zu. Ah, aufm. Komisch. Das andere ist doch zu. Wie sollen sie denn hier rein? Sie sind gut an das. Schau die Tür! Madre mia! Ist es sicher? Sind die Teufels weg? Ja, sie sind weg. Wir sind weg. Beide. Meine Güte, was ist ein Haus. Das war unglaublich. Ihr sollte mich sehen. Danke für gehen da. Gott, das ist völlig verrückt. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich muss nicht hier sterben. At least du sterben mit mir, Emma. Fantastisch. Nein, nein. Was ich meine sagen, ist, dass du nicht sterben. Nicht mit mir mit mir. Jetzt. Jetzt. Die Gesundheit unserer possibly unendet Freund hier ist. Wir können das nicht wahrnehmen. Okay? Since deine Gesundheit ist in question, wir brauchen eine Lead Person hier. Eine Lead Protektor. Und, Emma? Ich werde dich für deinen Protektor fern. Ich werde dich für deine权, wenn du mich吃st. Woah! Es geht in ja. Es geht in ja. Du bist gut. Ja, nicht. Ja, ja. Du bist jetzt nicht. Ja, du bist. Ja, du bist geibriger. Anscheinend kennen sie sich. Anscheinend haben sie das gemacht. Ja, wieder einmal wieder. Diese Zombe hat schon wieder einmal passiert. Alles wurde verletzt. Aber ich habe überlebt. Willst du wissen, wie? Ich bin immun. Großartig. So sind sie. Was? Diese motherfucker. Diese motherfucker. Also, du bist nicht speziell und wir sind gut. Danke. Ich bin immun? Du musst mich noch immer. Ich habe mehr Zombe als du hast. Ich habe mehr Zombe als du hast. Ich habe mehr Zombe als du hast. Ich habe noch nicht mehr Zombe. Wir brauchen ihn nicht. Du hast ihn nicht. Ich bin immun. Okay, du kannst bleiben. Jeder hat sich in den anderen geblieben, also warum nicht du? Ich zeige dir, wo du schlappst. Hier. Was bedeutet er, dass er bekannt ist, nicht für schade? Wie schade. Wie schade. Wie schade. Ich muss mit unserem Zombe-Expert sprechen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sam und John, was wir hier sprechen? Jede Menge neue Quests jetzt hier. Ja gut. Das war es wieder mit einer Folge hier von Dead Island 2. Ich glaube gelesen zu haben. Nach dieser Mission kann man auch dann im Koop spielen. Glaube es. Also nach der nächsten. Eine Folge wird es dann nur noch mit mir geben. Und dann die übernächste Folge dürfte dann im Koop hier weitergehen in dem Spiel. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. S